Keiner braucht eine Waschmaschine mit 100 Programmen, die nach drei Jahren kaputt geht. Frugale Innovation hilft Unternehmen, um eine neue Nachfrage nach einfachen, robusten, preisgünstigen und nachhaltigen Lösungen zu befriedigen. In den letzten Jahren kamen sehr viele Innovationen auf den Markt mit vielen Dingen, die den Konsumenten mehr bieten, als sie eigentlich erwarten. Die Innovationen haben aber gleichzeitig den CO2-Ausstoß weiter erhöht, um auch den Verbrauch von nicht regenerierbaren Ressourcen. Viele Konsumentinnen und Konsumenten sind bereit, ihr Verhalten anzupassen. Jetzt liegt es an den Unternehmen, ihre Angebote auf diese neuen Bedürfnisse auszurichten und nicht weiter an ihnen vorbeizuentwickeln. Frugale Innovation steht dafür, dass man Innovation vom Ressourcenverbrauch entkoppeln kann. Wir brauchen neue Zugänge und neue Maßstäbe auch, was denn eine wichtige Innovation ist. Es geht also zum Beispiel darum, wenn man einen Kühlschrank entwickelt, diesen nicht einfach ans Internet anzuschliessen, sondern wirklich innovativ wäre, ein Kühlschrank, der ohne Elektrizität funktioniert. Frugale Innovation ist ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Am Europäischen Trendtag 2022 zeigen wir Ihnen, wie Sie davon profitieren können. Mit Praxisbeispielen und Hintergrundberichten von Vordenkern aus der ganzen Welt. Rot体制iert von Vordenkern aus der ganzen Welt. Untertitelung des ZDF, 2020